Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Live Shopping heute Abend aus der Boutique Noé in der Nähe der Frankfurter Börse. Wir haben wieder drei tolle trendige Looks für euch vorbereitet. Entschuldigung, drei trendige Trendthemen würde ich sagen. Und Mariana und ich werden sie euch heute präsentieren. Wir zeigen euch heute Abend alles, was wir jetzt die Woche neu reinbekommen haben in die Boutique und die neuen Must-Haves. So, Trends habt ihr schon gesehen. Wir haben euch sehr viele Blumenprints und großgrüppige Strickmuster gezeigt, Blumenmuster und Prints. Und jetzt heute zeigen wir auch dezente Muster, wie jetzt zum Beispiel diese tollen Streifen. Also ganz dezente Nadelstreifen, die modisch umgesetzt wurden, sei es im Kleid, das werdet ihr gleich bei der Mariana sehen oder bei mir in diesem tollen Blusenshirt. Wir zeigen euch heute vorwiegend Riani, unser Label Riani. Es geht über die Qualität, also es sind sehr angenehme Qualitäten. Ihr seht auch hier das tolle Blusenshirt, es ist aus reiner Leine, also richtig angenehm. Gerade heute war es so super warm und da empfehle ich euch einfach diesen Look. Verspielt sind die Ärmel an dem Blusenshirt, sei es an T-Shirt, Blumenshirts oder an Blusen. Ihr seht, große Volons, es geht über die Nadelstreifen, kastige Formen. Das ist eine Kastenform und ich habe die Bluse einfach in die Hose hineingesteckt. Und dann habe ich hier diese tolle Hose von Riani. Die hat einen etwas höheren Bund. Auch hier die Eingriffstaschen, das Hosenbein ist nicht zu eng und nicht zu weit. Also es ist keine Marlene-Hose, aber zwischen einer Marlene und einer Zigarettenform sehr angenehm. Gerade für uns kleine Frauen, wir können nicht die richtigen superweiten Hosen tragen, da die quasi uns erdrücken würden von der Größe. Und das macht einfach optisch größer. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Preisen. Das Blusenshirt von Riani aus reiner Leine kostet 179,95 Euro und die Hose aus reiner Baumwolle 199,95 Euro. Die Hose, das möchte ich auch betonen, ist weiß und nicht durchsichtig. Das ist nämlich das Besondere. Auch hier, wenn ich jetzt hier in die Hosentaschen greife, seht ihr quasi innen drin die Tasche verarbeitet. Die könnte man quasi auch von einem Schneider abnehmen lassen. Das mache ich immer gerne bei meinen Hosen, dann fällt die Hose noch schöner. So, Mariana ist auch schon parat und ihr seht jetzt den tollen Look von der Mariana. Bis gleich. Michelle, da kannst du kurz nochmal zurückkommen? Ja. So, hallo, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte gerne einmal nochmal zusammen zeigen, wie schön das aussieht. Dass man eben das Oberteil, wenn es einem gefällt und auch die Farbe, man kann das auch als Kleid tragen. Genau. Und danke dir. Ich schreibe hier ein Kleid von Jani. Das ist ein super elastisches, total angenehmes Kleid. Oben mit dem Nadel, also im Nadelstreifenlook. Man sieht das in der Trendfarbe Pink und Weiß. Im Sommer absolut angesagte Farben. Hier ganz schlicht mit leicht verdeckten Oberarmen. Schlicht geht es weiterhin. Und an der Hingucker sind die riesengroßen Valons ab dem Oberschenkel. So sieht das Kleid von hinten aus. Es wird ganz leicht zugeknöpft mit einem Knopf hier oben. Total easy peasy zum Anziehen. Einmal über den Kopf werfen. Hier sehen wir reine Baumwolle zu 100% und wir führen die Größen 34 bis 44. Was kann man dazu anziehen, wenn es doch ein bisschen kühler wird? Und zwar, man kann eben so eine coole, leichte Sommerjacke anziehen in der Trendfarbe Weiß. Weiß passt hier auch super gut dazu. Also, da findet ihr unten natürlich eine Jeansjacke. Zeige ich euch auch gerne. Ich habe Zeit. Michela zieht sich noch um. Hier sieht man zum Beispiel auch die Jeansjacke. Die werde ich euch später noch bei einem Look noch ein bisschen mehr präsentieren. Ansonsten, ah genau, ich habe vorhin den Kunden, wir waren nämlich live bei Instagram. Ich nehme dich, Manuela, gerade mit. Und zwar gibt es noch weitere coole Jacken, die man dazu kombinieren kann. Hier auch eine Jeansjacke, ein bisschen in einer etwas eleganteren Form, etwas kürzer geschnitten und im kastigen Stil. So, und jetzt kommen wir zu den Preisen. Und zwar, das Kleid von Riani kostet 189,95. Also, kommt vorbei oder checkt auch unsere Webseite, da seht ihr auch schon die neuen Looks. Michela, bist du bereit? Ja. Super. So, dann kommen wir zum nächsten Trendthema. Das ist ein Mastheft der Saison. Das darf wirklich bei euch allen im Kleiderschrank nicht fehlen. Das ist die Bemuda oder eine kurze Shorts. Die Damen in einem bestimmten Alter mögen eher die Bemuda, die etwas länger ist. Dieser Look ist empfehlenswert auch für das Büro. Und zwar, die Hose hat ein super tolles Material. Sie knittert nicht. Das ist nämlich das Besondere. Hat eine schöne knieumspielte Länge. Und die Bermudas ersetzen den Rock. Also quasi auch im Office. Wenn ich jetzt einen klassischen Bläser zu diesem Look anziehen würde, wäre es bürotauglich. Also wie gesagt, die jüngeren Damen stehen dann auf kürzere Hosen. Die haben auch schönere Beine. So, dann kommen wir jetzt zu der Hose. Also richtig toll von der Materialqualität. Sie sehen hier seitliche Eingriffstaschen, die schön dekorativ hier die Vorderseite der Hose zieren. Damit auch hier eine Ablenkung stattfindet durch diesen Bindegürtel, der lässig auch hier lässig fällt. Also die Vorderfront kaschiert ein bisschen die Problemzonen, wie zum Beispiel den Bauch. So, dazu in Kombination habe ich mich für dieses tolle Riani-T-Shirt entschieden. Mit einem dezenten V-Ausschnitt. Das Shirt ist aus reiner Baumwolle, super, Entschuldigung, Leine, sorry, Leinen-Shirt. Es ist sehr atmungsaktiv und wir haben gesehen, heute war es sehr warm. Unter so einem T-Shirt schwitzt man nicht. Das ist nämlich das Besondere. Und wir zeigen euch heute, wie gesagt, Riani. Es geht hier über die Qualitäten. Tolle Schnitte. Das Tragegefühl einfach von Riani ist mega. Ja, so, für die jüngere Kundin, habe ich euch schon gesagt, die jüngere Kundin steht auf kürzere Hosen. Da kann man, ups, fällt mir das hier vom Bügel, muss ich mich entschuldigen. Die jüngere Kundin steht dann auf Blumenprinz. Die zeige ich euch. Man kann es unterschiedlich auch kombinieren. Auch hier eine kürzere Hose. Auch eine tolle Farbe. Ihr seht, pink ist ein Must-Have der Saison. Blumenprinz. Man könnte in Kombination hier zu diesem Look quasi einen weißen Bläsern, den ich euch empfehle, der sehr sommerlich wirkt, auch fürs Office, wie gesagt. Es kommt darauf an, wo sie arbeiten. Dezenter wirkt es natürlich und seriöser mit dem dunkleren Bläser. So, jetzt kommen wir zu den Preisen, weil Mariana wartet ja schon. Das Leinen-Shirt kostet 129,95 Euro und die Bermuda 199 Euro. Und jetzt kommt Mariana in ein Mega-Outfit von Marc Aurel. So, hier sehen wir ein Outfit, ein richtiges Sommer-Outfit. Man kann das auch super in den Urlaub anziehen und zwar mit einem Top. Das ist vom Material her ein bisschen feiner und eleganter, weil das aus Viskose ist. Hier sehen wir schöne Applikationen am Top. Vorne Viskose, hinten Baumwolle. Ziemlich luftig und leicht. Man kann natürlich auch, wenn man es gerne noch ein bisschen sportiver mag, gibt es noch ein anderes passendes Top aus reiner Leine, 100%iger Leine. Gerade wenn jetzt der Sommer kommt und gefühlt haben wir schon seit gestern den Sommer. Und es bleibt ja auch warm. Wir hoffen auch, dass der Sommer auch länger anhalten wird. Ich habe dazu eine Leinenhose kombiniert. Eine Leinenhose, man kann sie nach oben krempeln, wer es gern noch ein bisschen kürzer mag. Also da kann man wirklich spielen. Oder wenn man sagt, nein, man will es ein bisschen länger haben, man kann das auch hier länger tragen. Die Hose ist auch aus reiner Leinenwolle. Hier mit einem Gummizug, mit Schnürungen. Super leicht. Das hat sehr viel Elastan. Die Hose ist sehr bequem. Und genau, die Jacke wollte ich noch dazu zeigen. Das ist die Jacke, von der ich vorhin gesprochen habe und sie auch gezeigt habe. Sollte es abends ein bisschen kühler werden, braucht man auf jeden Fall eine leichte Sommerjacke. Und die ist super leicht. Das ist auch aus reiner Baumwolle. Aber sehr, sehr leicht. Die Jacke ist so gut wie ausverkauft. Deswegen hat sie auch einen Hammerpreis. Die Jacke ist reduziert von 159 Euro auf 99. Hier mit einer weißen Knopfleiste, mit Taschen. Das sind keine Fake-Taschen, das sind tatsächlich Taschen. Und zwar das Topf. Und zwar beide, ich schaue jetzt gerade nochmal. Genau, beide, die ich gezeigt habe, kosten 89,95 Euro. Und die Bermuda-Hose kostet 119,95 Euro. Toller Look. Also richtig toll. So, dann kommen wir zu unserem dritten und letzten Thema. Das sind Kleider. Unsere Stärke sind die Kleider, sei es Anlass, sei es Office-Kleid oder einfach ein Freizeit-Kleid. Und ich habe mich entschieden heute für dieses neu eingetroffene Kleid von Riani. Es ist ein Hängerschen. Wir möchten es bequemer haben. Das empfehle ich Damen, die kaschieren möchten, die hier eine Problemzone haben. Sei es breitere Hüften, sei es ein bisschen Bauch oder ein kräftigerer Po. Also, dieses Kleid verdeckt sehr viel und ich bin sehr dankbar dafür. Also, es hat seitliche Eingriffstaschen. Es geht um die Qualität. Also, ihr seht hier ein tolles Royal-Blau. Also, das Blau ist einfach super. Ihr könnt dieses Kleid quasi für einen Anlass, sei es Hochzeit, Taufe, Geburtstag, Office, selbst im Office. Weil unsere Kundin möchte ein Kleid bei uns kaufen und nicht nur für einen Anlass, sondern es häufiger tragen. Und so sind auch unsere Schnitte. Dezente Silhouette, wie ihr seht. Und vom Material leichte, reine Baumwolle. Das Kleid spürt ihr am Körper nicht. Das ist wirklich sehr, sehr leicht, angenehm. Und natürlich könnt ihr es noch mehr heben für einen Anlass mit bestimmten Accessoires. Man könnte jetzt einen dekorativen Gürtel umbinden, eine schöne Brosche. Ihr könnt mit großen, kreoligen Ohrringen spielen oder langer Kette. Also mit Accessoires, sei es eine schöne, schicke Handtasche mit einem Tuch. Also mit Accessoires könnt ihr das richtig nochmal auftunen. So, dann kommen wir zu dem Preis. Das Kleid kostet 269,95. Und natürlich habe ich auch vorhin vergessen, den verspielten Arm, ganz dezent. Eine leichte hier quasi Klappung am Ärmel, also ganz dezent. Das sind so liebevolle Details. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen. Und die Mariana hat jetzt hier ein sportives Kleid, aber ein Hammerkleid. Ja, das ist mittlerweile eins meiner Lieblingskleider geworden, weil es so, so schlicht ist, sportiv, aber irgendwie auch fein. Und das liegt an den Materialien von Rian. Wir sehen hier ein Hängerschen, ein Hängerkleid, so wie die Mode momentan ist. Aber jetzt kommt das Coole. Und zwar sind hier an der Seite Schnürungen. Man kann das Kleid hier enger ziehen. Hier ist so ein Gummi zu. Das gleiche machen wir auch auf der Seite. Und dadurch ist die Taille ein bisschen betont. Das Kleid ist hier etwas enger. Ich hoffe, man sieht das gut. Oder, Mariana, sieht man es? Und dadurch, gerade für kleinere Frauen, ist es vom Vorteil, weil man einfach gestreckter aussieht. Dann sehen wir hier an der Seite Eingriffstaschen. Cool und lässig, wenn man schön durch die Stadt läuft. Und bequem ist es. Vor allem bequem. Es ist aus reiner Baumwolle. Das muss man nicht bügeln. Einfach nur waschen und aufhängen. Hier ganz dezent mit einem Rihani-Logo. Dann sind hier die Arme verdeckt. Und es ist einfach schön, oder? Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Daumen hoch. So, und dazu habe ich mir eine richtig coole Jeansjacke ausgesucht. Ich glaube, jeder von uns hat eine Jeansjacke zu Hause. Aber nicht die. Denn die hat einen Schnitt wie die Lederbikerjacke. Und zwar, man sieht das gleich, wenn ich sie anziehe. Die Jacke ist kurz geschnitten und eng. Und das ist hier der Biker-Style. Man sieht das hier mit dem gelegten Kragen. Dann hier mit dem nachschrägen Reißverschluss. Wenn man es zumacht, dann hat es halt eben diesen Style eben wie die Lederbikerjacke. Wenn sie zu lang ist, kann man sie cool, den Ärmel cool nach oben shoppen. Und man hat hier noch einen etwas breiteren Kragen. Das Kleid ist aber richtig mega, Mariana. Weil das könnt ihr zum Tennis spielen, auf dem Weg zum Tennis oder einkaufen. Wir haben euch jetzt heute einige Looks gezeigt. Auch Kleider, die wir haben. Sei sportiv, sei es für einen Anlass. Wir verabschieden uns diese Woche. Nein, noch nicht, noch nicht. Ach so. Ich muss, ich habe die Preise noch nicht genommen. Und zwar mein tolles Riani-Kleid hat einen Preis von 189 Euro. Dann meine Jeansjacke hat einen Preis von 199 Euro. Wir haben nicht mehr viele Größen. Obwohl die Ware, also das Kleid erst reingekommen ist, kommt vorbei. Wir sind hier, die Michelle und ich, von Montag bis Samstag. Aber an einem Abend werden wir nicht da sein. Und zwar nächsten Mittwoch ist das Finale unserer Eintracht Frankfurt. Und wir sind mittlerweile kleine Eintracht-Fans geworden. Es ist klasse, wie die Jungen spielen. Und wir wollen einfach das Erlebnis, dieses Finalspiel mit unseren Freunden miterleben und feiern und genießen. Und wir hoffen, wir hoffen, dass die Eintracht gewinnt. Und wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir deswegen nächsten Mittwoch nicht live gehen. Aber in zwei Wochen wieder. Genau. Dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, die Looks haben euch zugesagt und gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Wir haben noch mehr. Es gibt noch mehr hier zu entdecken. Wir beraten euch gerne. Und schaltet wieder in 14 Tagen ein. Wir sagen Tschüss von unserer Seite. Tschüss.